servus liebe freunde halli hallo herzlich willkommen heute gibt es ein tutorial zu shortcut shortcut ist ein programm mit dem man rendern kann und mit dem man sozusagen seine intros und eine einleitung und alles eben zusammenschneidet und da wurde ich jetzt gefragt ja wie kriegst du das hin dass du da mehrere projekte oder mehrere videos einfach direkt hintereinander rein stellt dass die sozusagen in der stapelverarbeitung laufen und das möchte ich euch heute zeigen wir werden heute mal mit einem neuen projekt starten und zwar habe ich so eine testversion einfach mal hier für das tutorial gemacht und das ist der bus simulator 2018 so benenne ich das projekt einfach und ich mache gleich noch eine raute hinten dran warum kann ich euch gleich erklären habe die standardeinstellung full hd 30 frames sage los so und jetzt kann ich hier anfangen mit meinem neuen programm gf datei öffnen da habe ich die folgen drin aber ich brauche ja auch ein intro so damit ich ein intro benutzen kann muss ich mir natürlich erstmal hier schnell eins laden wir nehmen mal das intro allgemein so das intro packen wir einfach mal hier unten rein dann haben wir das hier vorne schon mal drin jetzt gehen wir wieder auf datei öffnen und auf die aufnahme so auf der aufnahme haben wir zum beispiel hier die holprige testfahrt das ist das erste video was ich da gemacht habe das ziehen wir auch runter damit wir schöne überblende effekte bekommen möchte ich das ganze natürlich so zusammenführen so das sieht man jetzt ein bisschen besser hier ist also jetzt diese überblende dann klicke ich mir das hier an und gehe auf die filter filter habe ich mir schon welche voreingestellt weil mein mikrofon hat immer dieselbe lautstärke die spiele stelle ich immer auf dieselbe lautstärke und dann von dem punkt brauche ich hier nur meine voreingestellten favoriten einzusetzen zum beispiel hier bei bessern und höhen kommentar dann habe ich hier das auch eingestellt und hier ebenfalls so das video ausblenden damit zum ende ausgeblendet wird dann gehen wir auf exportieren und da habe ich auch schon hier über youtube mir was vorbereitet wenn ihr da noch mal genaue infos haben wollt kann ich da gerne tutorial machen könnt ihr gerne die kommentare reinschreiben so dann gehen wir einfach auf exportieren und dann haben wir hier die nummer eins jetzt als benennung so und das nennen wir jetzt mal holprige testfahrt so wenn ich jetzt auf speichern klicke habe ich das jetzt auch richtig schieben ja ich glaube schon so fängt er hier hinten an zu rendern da seht ihr es da fängt er an jetzt will ich aber ja mehrere videos machen und nicht erst warten bis das ding fertig ist also lösche ich das einzelne video raus gehe wieder auf datei öffnen nehme das nächste video ziehen wir das runter über lappe kurz das ist ein bisschen tricky shortcut muss wieder zurück damit ich das intro voll kriege um den einblende effekt oder überblende effekt wieder neu bereitzustellen so und dann markiere ich das video wieder gehe wieder auf meine filter so setzt diese drei filter einfach rein so und gehe auf exportieren datei exportieren nennen das jetzt nummer zwei die die erste nachtfahrt so wenn ich jetzt wieder speichern klicke nimmt er das in die warteschleife und schreibt ausstehend das heißt er rendert das erste jetzt und danach geht er automatisch in das zweite rein so jetzt habe ich hier von drei stück das heißt ich muss jetzt natürlich wieder datei öffnen das machen wir jetzt gerade noch für die zwei noch mit und danach zeige ich euch gleich noch wie das ganze dann mit einem neuen projekt geht dann hat er nicht unbedingt immer vier videos von einem einzelnen projekt sondern hat vielleicht mal da ein video da ein video und das kann man natürlich dann dementsprechend auch hier ein bisschen zusammenfassen also hier wieder dasselbe spielchen wie eben exportieren nummer drei das nennen wir unsere neue strecke da habe ich mal den bus simulator 2018 einfach angetestet so für vier spiele und jetzt haben wir noch die folge vier ich will das jetzt nur gerade schnell mitmachen weil dann habe ich das in einem rutsch durch ist aber auch kein problem geht ja schnell seht ihr ja außerdem haben wir dann so lange zeit bis das erste video durch gerendert ist ich habe nur ein intel i7 4 kern das dauert dann immer eine sekunde bis das gerendert ist auch hier wieder die voreinstellung da braucht man nämlich nicht jedes mal hier irgendwas wieder umstellen und hat eigentlich relativ schnell seine einstellungen auch bereit so das ist jetzt die nummer vier letzte folge fertig so jetzt haben wir vier folgen drin diese vier folgen werden jetzt nacheinander durch gerendert das heißt wenn jetzt mit der 1 fertig ist kopiert er das bei mir automatisch auf die extra festplatte wo gerenderte videos drauf sind die bereit sind zum hochladen und danach geht er im nächsten video weiter so jetzt habe ich aber noch anderes projekt wo ich im prinzip auch noch ein video rendern möchte um das zu machen gehen wir jetzt nicht auf datei öffnen sondern oben auf datei neu dann sagt er aber speichern will ja dann werden die letzten ändern änderungen gespeichert so und jetzt haben wir noch eine folge zum beispiel king of retail das habe ich hier unten das kann ich mir auswählen so dann wird das vorbereitet da ist das intro schon da das video hatte ich beim letzten mal gelöscht jetzt wieder datei öffnen da ist es king of retail einmal aktivieren so hier runter ziehen kurz überlappen lassen damit dieser überblende effekt weg geht dann das ganze wieder zurecht ziehen wie man es möchte dann wieder die üblichen filter einsetzen so kommentar verstärkung ls 19 habe ich das so habe ich das mal genannt weil ich da mit ls 19 angefangen habe dann gehen wir einfach auf exportieren und schon steht hier weil wir das neue projekt geladen haben king of retail so und jetzt können wir hier sagen folge vier neue einrichtung so und schon sieht man das erste video ist fertig hier das ist jetzt also schon gerendert das zweite ist in arbeit dann kommen die anderen zwei und hier unten kommt schon king of retail und die werden jetzt nach und nach alle ganz in ruhe abgearbeitet das können wir uns jetzt hier auch nochmal ansehen wir haben hier die vier auf der aufnahme festplatte bei mir vier folgen bus simulator eine king of retail unter gerendert nicht erschrecken da habe ich noch ein paar andere sachen jetzt drin weil ich schon ein bisschen vorgearbeitet habe aber hier seht ihr schon bus simulator folge 1 holprige testfahrt und ich habe es doch falsch geschrieben ich wusste halt jetzt habe ich gelöscht sekunde ich habe gerade einen kleinen fehler gemacht das sollte natürlich bei einer aufnahme nicht passieren das wieder herstellen so glück gehabt wäre jetzt fast schief gegangen da unten ist es holprige testfahrt ist auch blöd das löschen und umbenennen direkt nebeneinander liegt das ist echt doof so holprige so jetzt stimmt es wieder dann einmal sortieren und schon ist wieder da wo es hingehört und da haben wir auch schon wieder ein fehler drin die erste nachtfahrt oh man aber das kann man ja zum glück vor dem upload noch entsprechend korrigieren so hier müssten wir jetzt eigentlich dann bevor ich das ändern kann warten bis es entsprechend bearbeitet ist vorher kann man es nicht beendet verändern da kriegt man die meldung die datei wird gerade von einem anderen programm verwendet deswegen geht das erst nach der bearbeitung ja und das war es eigentlich auch schon also es ist relativ einfach gleiche projekte datei öffnen video auswählen zusammenschneiden exportieren bei neuen projekten einfach datei neu anwählen und dann kann man entsprechend über die auswahl oder sich selbst neues erstellen und das geht dann auch in diese warteschlange so und jetzt kann man im prinzip so wie ich das gestern gemacht habe ich habe hier 14 videos reingehauen und bin dann in der zeit mal kurz raus in den garten gegangen als ich dann später zurückkam war das alles in ruhe fertig und ich muss halt nicht jedes mal am pc dabei sitzen so das war ein relativ kurzes aber hoffentlich doch hilfreiches tutorial ich hoffe es hat euch gefallen und ich sage in dem sind schon mal vielen dank fürs zuschauen und wenn ihr weitere fragen zu shotcut habt oder noch informationen möchtet einfach bitte unten in die kommentare reinschreiben dann stehe ich euch dann natürlich auch gerne weiter mit rat und tat zur verfügung so ihr seht gerade zweite fertig jetzt kommt die dritte die läuft jetzt an jetzt kann ich es auch bearbeiten so dann kann ich das endlich mal richtig schreiben umbenennen so die erste nachtfahrt jetzt stimmt es wieder gut in dem sind da unten ist jetzt die nummer drei die wird jetzt gerade bearbeitet also so läuft es am einfachsten in dem sind macht's gut ihr lieben bis zum nächsten mal servus und tschüss